Hallo meine Lieben, ich hab das jetzt eigentlich ein bisschen anders gemacht, ich bin einfach oben drüber. Was man ja auch mal machen hätte können. Hahaha. Ich speichere jetzt trotzdem einfach mal. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich brauch halt einfach nicht ein paar Lebensenergiezellen, das wäre einfach mal ganz geil. Weil ich hab nur eine. Und das ist mein großes Problem. Vielleicht gibt's hier eine. Ne. Ja, das ist mein großes Problem. Ich kann euch nochmal zeigen, wie ich jetzt darüber gekommen bin. Und natürlich willkommen zu einer neuen Folge Uri. So, einfach hab ich das gemacht. Das geht oft einfach einfach. Oft so einfach. Juhu, ich hab eine gekriegt. Das freut mich sehr. Äh. Buh, 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 buh. Das weiß ich nur nicht. Hier noch. Ich könnte auch hier vielleicht. Ja, natürlich, ganz klar. Jetzt geh ich da nämlich rüber. Wieder. Und dann werd ich durch das Tor gehen. Aber ich muss da runter. Ich muss da runter. Ja, wir gehen. Ja. 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 so kein fehler machen das gibt es doch nicht so gut zwar auch mega gut und was mache ich doch voll pfosten mach ich so mache ich so und mache ich so es kann nicht so schwer sein es gibt es doch gar nicht ich glaube ich schlag den ganzen tisch noch zum ich schlag gleich den ganzen tisch zum wie habe ich das jetzt gemacht noch mal das war so gut wo ich das gemacht hat so mega so habe ich das gemacht genau okay ganz ruhig doch gar doch die hose atmen so noch mal speichern vielleicht ja und jetzt ganz losgehen sehr gut jetzt kann ich mir speichern na gut aber das ist egal wobei so egal ist es eigentlich gar nicht aber was wir machen komme ich da hoch und wie komme ich darüber so schön schaut es aus mei schaut euch das an das gefühl ich finde irgendwas war ich hier schon ja ich war hier schon das ist auch nix da hochkomme ich irgendwie nicht oder nix oder ja wir können hier nochmal alles auffüllen das ist doch wunderbar spiel gespeichert und noch mal hier geilen fähigkeitszelle kairo mart gleichs gehen was von mir hat doch hier die habe ich zurück und weiter gehen es ist jetzt sauberes oder dreckiges wasser kann ich tauchen weil ich kann ja glaube ich nur im sauberen tauchen dann kriegen wir auch noch mal da so ein bisschen ach das läuft da anfangen eigentlich schon fast wo ich angefangen habe ja da komme ich ich muss wieder zurück da komme ich gar nicht entlang das ist auch gut und rein in die stachel weil es zu schee war wunderbar Hü-hopf, hü-hü-hüpf, hüppeli-hüpf, hüppeli-hüpf, oh, da komm ich gar nicht hoch. Dann erstmal durch die Tür. Nix vergessen, nix vergessen. Das sind schon noch richtig, oder? Ja, ich muss da ganz hinter. Ich glaube, ich kann da auch nur von hier hoch. Das heißt, eigentlich würde ich das auch mal gern noch mitmachen. Vielleicht machen wir das sogar noch mit. Ich darf das nur nicht. Holhain und Geisterhöhle. Versuche jetzt da erstmal Holhain da hochzukommen. Da könnte ich jetzt mit dem Doppelsprung das eigentlich schaffen. Schaffen? Ja. Achso, aber ich komm da nicht weiter hoch. Achso. Ja, ne, dann schaff ich das halt nicht. Oh, will ich wieder hoch. Jetzt müssen wir da hoch. Da geht's nicht hoch. Dann laufen wir weiter. Immer weiter, immer weiter. Ah, die Dinger wieder. Ah, die Dinger wieder. Wie kommen wir denn da hin eigentlich? Nein! Ach, Grun. Oh, wo habe ich denn gespeichert? Ach, so weit hinten. Das wäre vielleicht intelligent gewesen, wenn ich mal zwischenzeitlich gespeichert hätte. Na? Dann hüpfen wir einfach nochmal durch die schöne Landschaft und durch die schöne Gegend. Malzerschäber, Malzerschäber. Malzerschäber. Aber ich denke, wir sind eh schnell dort. Achso, das war ja nicht der Fall hier. So. Ich muss jetzt da nicht mal hoch, weil ich weiß, dass es da nicht weiter geht. So. Nein. Ihr müsst schon noch mitkommen. Zack. Genau, hier speichere ich, würde ich sagen, weil ich habe ja eh alle voll. Und dann kann ich die nämlich gleich einsammeln und dann ist das alles wunderbar. Oh. So. Dann haben wir das geschafft. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, wie wir da unten reinkommen. Kann ich das kaputt stampfen hier? Nö. Ich muss hier nochmal nachgucken, wo wir hin müssen. Auf diese Seite. Oh. Das hätte ich sehen können. Eigentlich. So. Ein Leben nur noch. Das ist wunderbar. Speichern wir nochmal. Ich glaube, ich müsste da oben bleiben. Das war das, glaube ich. Ja. Und hier hoch. Ja, genau. Da ging es ja sonst nicht weiter. Sehr schön. Wir sind an einer Folge, äh, an einer Stelle angekommen, wo wir noch nicht waren. Und wir werden in der nächsten Folge weiterspielen dort. Bis dann. Ciao. Ciao.